hey ho leute hier ist osaya und ich möchte mich bedanken bei don 1501 und zwar hatte mir die farmers g2 gegiftet und das gleich für 30 tage danke für diesen wunderbaren gift ich wollte schon lange mal mit der farmers g2 spielen ich werde die waffe aber allerdings denke ich mal erst nach meinem urlaub auspacken denn ich war in ungefähr zweieinhalb wochen weg in den urlaub und das würde sich ja dann nicht lohnen die waffe jetzt schon aufzumachen denn ich habe sie ja für 30 tage bekommen das finde ich ziemlich cool also danke für diesen gift und jetzt lasst uns anfangen mit dem review hey ho hier ist osaya mit einem neuen review diese marie review über die m 110 ss die sniper rifle ist für mich persönlich die beste semi automatik sniper und auch die beste von den ganzen automatik snipern natürlich ausgenommen der m107 cqsc gd die ja eine one hit kill sniper ist und das jetzt eine zweit kill sniper die waffe hat ziemlich viel schaden also es ist ein zweit kill aber man kann auch manchmal mit einem mit treffen wenn man ja wenn der gegner halt schon etwas an hp verloren hat ja in den rücken ist es immer noch ein zweit kill und bei leidwestern auch auf jeden fall habe ich jetzt bei leidwestern immer einen zweit kill in den rücken auch gemacht ja die waffe ist finde ich auch besser als die m39 emr desert ja die m39 emr desert ist meiner meinung nach ich sehe sie auch am öftesten von allen item shop semi automatik snipern ja sie ist die beliebteste die mr die hat zwar 20 schuss und auch ein vollautomatik feuer aber ist längst nicht so gut zu kontrollieren wie diese waffe also wenn ihr wirklich nicht so gut und sicher im zielen seid dann ist diese sniper wahrscheinlich die beste für euch semi automatik bedeutet so viel dass ich für jeden schuss halt einmal neu abdrücken muss also einmal die maus klicken und dann der schuss gefeuert wird bei der emr desert ist es zwar so dass ich die maus gedrückt halten kann also wie meinem assault rifle und dann einfach feuer ja die waffe finde ich sieht etwas ungewöhnlich für eine sniper aus ich finde sie sieht eher aus wie eine ein assault rifle mit einem sniper aufsatz aber ich finde das sieht ziemlich cool aus ja wie ihr gerade sehen konntet ich habe ein double kill bekommen also die waffe killt sehr schnell und ja er ist auch sehr präzise am anfang von dem spiel war ich ziemlich gut aber am ende dann wurde ich ziemlich oft gekillt ich weiß auch nicht was da los war es kann sein dass ein paar hacker ins spiel reingekommen sind aber naja was soll's ich habe den teil wo ich so oft gestorben bin eh oder relativ oft gestorben bin eh nicht gefrapst da hatte ich gerade meinen fraps aus ich zeige euch von dem spiel wie immer den anfang und dann noch den letzten rest ja viele würden einen vielleicht als ein autonob bezeichnen wenn dieser sniper snipet ich weiß nicht ich finde es immer etwas sinnlos man muss schließlich zweimal treffen um einen kill zu machen mit der sniper und außerdem wenn man halt nicht so gut ziehen kann dann bringt das einem gar nichts mit einer one hit sniper zu spielen und ja ich meine so viel besser ist man jetzt auch nicht mit der sniper man kann viel besser sein wenn man eine one hit sniper hat und mit der dann gut umgehen kann also da kriegt man schon mehr kills ich würde die waffe aber trotzdem für jeden empfehlen der halt nicht so gut mit einer one hit sniper umgehen kann zum beispiel der m200 gili oder der l96 also das ist schon ein unterschied für spieler ob man da einfach nochmal weg scoped oder einfach drangescoped bleibt wie bei den ganzen semi automatics und automatics sniper ja die waffe ist vergleichbar mit der sr25 die man ja schon ziemlich am anfang kaufen kann also ihr könnt euch die mal kaufen und wenn euch dieser typ von waffe gefällt dann wäre die m110 ss vielleicht etwas für euch also in die richtung geht auf jeden fall die waffe ja ja die waffe hat der den schaden habe ich ja schon genannt und die portability der waffe ist ziemlich schnell also liegt bei 50 punkten und das ist ziemlich gut für eine sniper aber es gibt wenige sniper rifles die da besser sind also es gibt schon welche aber der unterschied ist dann auch nicht sehr groß also mit dieser sniper kann man sich schon ziemlich gut bewegen ja ähm die feuerrate der waffe liegt bei 30 punkten das ist auch ziemlich gut für eine ähm automatics sniper ihr seht ja auch ich kann ziemlich schnell mit der waffe schießen und ähm ja durch äh ich brauche halt immer nur zwei schuss und dann ist der gegner tot also ähm allgemein ist die waffe sehr anfängerfreundlich also ich ähm man hat halt einen sehr kleinen schwenk im vergleich zur äh m39 emr desert die hat ja einen ziemlich hohen schwenk und äh also das heißt sie schwenkt weit nach rechts und weit nach links wenn ich die maus nicht berühre und bei der waffe ist es äh ja relativ angenehm und im normalen bereich und man kann äh dadurch halt äh man kann allgemein äh die maus sozusagen ruhiger halten und äh so auch etwas präziser kills machen die m39 emr desert hat zwar eine äh um drei punkte höhere präzision aber die waffe äh mit der waffe trifft man trotzdem äh jedes ziel das man treffen will und sei es irgendwie äh der halbe kopf oder der viertel kopf der da noch hinter irgendeiner sandbank rausguckt also das ist überhaupt nicht das problem mit der waffe die waffe ist übrigens auch ähm ähm präziser als jedes assault rifle das man in combat arms äh kaufen kann ähm und ist äh ja ähm ziemlich präzise auch für die sniper rifles also man wird wirklich jedes ziel treffen oder kaum verfehlen ähm ja die der reload der waffe ist außerdem auch relativ schnell ähm wenn ich mich nicht irre kann ich auf die waffe auch ähm ein extended magazin aufschrauben aber das würde ich nicht empfehlen ähm ja die waffe ist ähm allgemein ähm wie schon gesagt die beste semi-automatik sniper und ich kann sie euch wirklich nur empfehlen ähm nebenbei ich habe das spiel mal hier ein bisschen äh vorgespult ähm in der zwischenzeit bin ich ein paar mal gestorben aber ein paar hacker wurden jetzt gekickt und es geht wieder weiter ähm ja ich weiß nicht genau worüber ich noch alles reden soll ähm es ist für mich immer relativ schwer so ein review über den sniper zu machen entweder ich ähm kürze sozusagen das spiel also schneide es ein bisschen so zurecht oder ähm weil ich kann halt neben nicht immer mit ähm der sniper rumrennen also werde ich auch manchmal mit der valky rumrennen aber das ist ja normal wenn man mit der sniper spielt weil sniper rifles sind halt waffen die man ähm eben nur auf große entfernung ähm einsetzt also normalerweise auf jeden fall ja ähm ähm die waffe kommt von anfang an mit 10 zu 30 schuss und das sind äh durchaus genügend schuss also ich hatte selten munitionswangel und wenn dann habe ich halt meine zweitwaffe genommen aber ähm oder drittwaffe aber also man kommt schon ziemlich gut aus mit den 40 schuss jahren da zur verfügung stehen ja ähm ich mag die waffe sehr und ähm ich äh wird sie ähm ja vielleicht äh sogar also auf jeden fall gehört sie zu den äh ich würde sie zu den besten sagen mal 5 sniper ähm im game auf jeden fall zählen wenn ich sogar zu den besten 3 ähm obwohl die also es kommt natürlich ganz drauf an aber sie ist auf jeden fall die beste semi-automatik ähm sniper und wenn ich euch noch andere sniper rifles empfehlen kann dann würde ich euch als One-Hit-Sniper die M200 Gilly empfehlen und als weitere Waffe noch die M107 Securacy die ja auch äh ein sehr gutes Sniper ist ähm ja das Spiel ist bald vorbei und äh es sind noch 9 Kills übrig also noch 8 ähm ähm ja das Spiel war ähm am Anfang für mich halt relativ gut aber dann nicht wäre so und hier habe ich mich total vertappt mit der Gun also sehr schlecht gezielt und ich habe den Kill dann nicht bekommen aber was soll's ähm ja also allgemein empfehle ich euch die Waffe wie schon gesagt ähm es gibt ne semi-automatik Sniper die meiner Meinung nach besser ist weil die Waffe ist wirklich sehr gut zu kontrollieren man kann äh das Ziel also man kann ähm das Fadenkreuz der Waffe also wenn man durch den Zoom schaut sehr ruhig auf den ähm ähm Gegner drauf halten und dann da seine Kills machen ja ähm das war's von mir ich hoffe der Review hat euch gefallen tschüss bis zum nächsten Mal und Danke fürs Zuschauen